Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren The Shadowed Throne Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine geheime Camo für eure Waffen freischalten könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst das Spiel starten und dann eben auf die Hauptstraße gehen, dort, wo ihr eben das Radio finden könnt, und dort zwei Codes eingeben. Beziehungsweise natürlich eine Zahl links, eine Zahl rechts, ein Code ist es dann insgesamt. Ja, und zwar müsst ihr auf beiden Seiten einfach 39 eingeben, also einfach hier mit 4-Eck hingehen und dann den Cursor so lange links oder rechts drehen, bis ihr eben dort ungefähr 39 stehen habt. Wenn ihr da ein bisschen wartet, dann wird das Licht unten grün und es erscheint auf eurem Screen, dass ihr Tools Botengang nun erworben habt. Verbotene Worte, lange eingeschlossen im Eis. Und somit habt ihr eigentlich die Camo schon freigeschaltet. Alles, was ihr jetzt noch tun könnt, ist, einfach ins Hauptmenü gehen und eben die Camo ausrüsten. Ja, uns wurde ja bereits vorab, bevor die Karte rauskam, gesagt, dass wir eben zwei Zahlen hier einsetzen müssen, um eben etwas zu bekommen, beziehungsweise, dass wir was mit den Zahlen anfangen können. Und ja, genau dafür waren die eben gedacht. Ja, wir bekommen dafür so eine kleine Easter Egg Camo. Die ist so rot, wie mit so roten Blitzen sieht die eigentlich aus. Ich weiß nicht, ob ich die schöner finde, als die andere Camo, die ich sonst immer drinne habe. Aber ich finde sie auf jeden Fall eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Und ich meine, jeder von uns kann sie haben, wenn ihr einfach nur die zwei Zahlen kurz ins Radio eingebt. Also Aufwand ziemlich gering und für eine coole Camo, finde ich. Ja, Leute, das war es eigentlich, wie gesagt, schon zu dem Video. Das ist nur ein kleines Easter Egg Video, wie ihr eben diese Camo bekommen könnt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken meine Tutorials. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream.